Da kann ich einmal richtig wütend werden hier am Rechner und dann war's das. Mega fettig. Ja geil, der springt ja immer so schön ne. Finde ich ja cool. Oh, der sorgt ja noch so schön an. Wie soll der kack da rum? Ah ja klar, mach da einfach instant. GDF. Achso, das war ich ne. Ich bin, ich bin geraged anscheinend. Vielleicht schaden ihm geklappt. Oh, Alter, der ist so fies, ne. Jetzt stirb auch. Ja, und tschüss. Oh, Junge. Bluecap HP, Tiersup und Trotspeed irgendwas, keine Ahne. Alles gut, jetzt hab ich wieder zwei Herzen und nochmal zwei blaue. Ja. Haben wir uns nochmal gerettet gerade so, oder? Ich hab keinen Kaffee mehr, ne. Oh, nur ein ganz kleines Ministuck. Ah, weg ist er. Okay. Nein. Das ist mir jetzt zu gefährlich. Da könnte ich sogar hin. Aber ich hab keinen Schlüssel. Aber die Münzen. Die Münzen sind, die sind so schön. Schauen. Ja. Oder nicht? Da ist es so funktioniert. Du kannst doch auch nicht die Münze finden. Dann nehmen wir noch. Wir müssen eigentlich reichen, oder? Ja. Perfekt geplant. Wenn ich jetzt noch einen Schlüssel übrig habe, ruhig mir die Kiste auf jeden Fall. Oh ja, klar. Die sterben ja instant. Oh nein. Nein. Lass mich. Ich muss erst mal gerade kurz klarkommen, deswegen steuere ich die Blase gerade nicht. Ich kann immer nur eins machen, Leute. Achso, ich kriege ja diesen Rage. Wenn ich getroffen werde, ist das natürlich auch geil. Dann kann ich ja erst mal den Raum clean, fast. Oh mein Gott. Ey, das ist doch euer... Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ich treffe die nicht, was? Nein! Ich hatte gar keinen Schaden gekriegt. Macht er das einfach so, oder was? Ich kann die Blase nicht steuern, wenn ich diese Scheiße... Kriege ich einfach so? Random? Diese Scheiße, oder was? Oder wenn ich zu lange in einem Raum bin. Hab ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ja, sicher. Wissen wir. Ne, da hab ich sowieso nicht hin. Ja, sicher, danke. Vielen Dank. Oh mein Gott. Ey, das war zu weit. Bad Gas. Oh nee. Oh, schweigen wir ab, Alter. Willst du noch? Komm, ey, ab hier. Nein, 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 nein. Boah. Wir gehen mal nicht durch. Schlüssel habe ich nicht. Mann, meine Stimme. Schlüssel habe ich nicht. Oh nein. Was soll ich denn machen, Mann? Was soll man denn dagegen machen? Das ist unmöglich, da zu schießen. Unmöglich. Das kann man gar nicht schaffen. Man muss mal ein Gott für sein, um das zu schaffen. Das mache ich jetzt extra, weil wenn ich es schaffe, dann bin ich Gott. Äh, ja, klar. Ich glaube, die Dinger können schießen, ne? Puh, glaube ich, ja, kurz mal hängen geblieben. So wie im echten Leben. Oh, oh. Aber ich glaube, hier kann mir nichts passieren. Hier bin ich safe. Ja, der Raum ist natürlich richtig cool. So einen Raum hätte ich gerne öfter mal. Jetzt kann ich die Blase nicht steuern. Das ist doch voll behindert. Kannst du mal aufhören damit? Oh mein Gott. Ja, das ist so klar gewesen. Weißt du, komm, am Anfang drei Stück, die alle auf mich zukommen und ich kann nirgendwo hin. Ich bin gleich tot, ne? Boah, ich habe ja noch ein Leben. Jetzt kriegt der schon wieder diesen Rage, Alter. Also irgendwie kommt das Entscheidende nach einer Zeit. Wenn man im Raum ist. Äh, ach, bringen wir ja gar nichts. Ich brauche halt nicht so einen Schlüssel. Oh mein Gott. Jetzt kann ich bitte den Rage gebrauchen. Danke. Gib mir den Rage. Alter, jetzt wäre ich bei diesem Scheiß Feuer reingelaufen. Weil ich eine Koordinierung von so einem Sack Kartoffeln habe. Oh, nee, Mann. Jetzt hört doch mal auf. Jetzt reicht es aber auch mal wieder. Durch Giftschaden gestorben. Das ist Schlüssel. Yes. Itemraum, komm her. Ich muss schnell zum Itemraum. Oh, nee, da muss ich ja nochmal hier durch. War ich nicht mal schneller hier? Bin ich nicht mal schneller gelaufen irgendwie? Aber warum gehe ich dann nämlich hier unten lang? Wir können irgendwie so vollständig gerade so lang, so richtig lang sein. Was ist das denn? Bloodsucker. Ein Bloodsucker ist dort. Heißt das, dass ich geheilt werde, wenn der Schaden macht an jemanden? Das wäre ja nice. Das wäre ja sehr nice. Möchte ich jetzt hier nochmal machen? Ja. Ja, hier ist noch ein Raum. Oh. Danke. Dann gehen wir jetzt zum Boss. Mir tut meine Augen gerade auch voll weh, weil ich mich direkt... Äh, weil ich mich direkt... Weil ich mich richtig hart konzentriere gerade. Tun mir meine Euglein ein bisschen weh. Wow, oh nee. Warte, ob das so gut ist mit dieser... ...dieser Blase hier. Aber der Sucker ist auch gut, guck mal. Geht richtig ab, der Typ. Treffer. Treffer. Nein. Das war mir so klar, ne? Oh, jetzt hab ich wieder diesen Scheiß hier. Ey, du. Jetzt hör auf. Nein. Oh, jetzt rennt der ja. Stimmt. Wieso ich das denn machen? Oh, fuck you. Oh, Affenarsch. Zum Glück hab ich den Sucker noch. Der macht auch noch ein bisschen Damage. Alter! Wie schnell ist der Wichser denn? Guck mal. Der bleibt auch nicht mehr stehen jetzt. Hat gar keine Lust mehr stehen zu bleiben. Diese Hure. Ja, jetzt kommt die U-Boot-Meet, Alter. Oh, diese Kackfliege hier. Wenn ich die erwische. Wenn ich die erwische. Ich kann zum Gesicht hier kratzen. Boah, ich brauchte mal eine Zigarette, ey. Aber ich kann nicht, wenn ich Isaac spiele. Und ausgerechnet mit dieser Kugel komme ich auch noch so weit, ne? Bin ich überhaupt nicht klarkommen. Und dann verletzt es auch schon so, ne? Bin bis Mom gekommen. Aber hab die sogar besiegt. So, komm, jetzt kriege ich auch mal einen Arcade-Raum hier. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Sucker. Oh, mein Gott. Auf diese, äh, dieses Feuer hab ich gar keine Lust. Ihr merkt auch, dass ich jetzt immer leiser werde. Ich rede jetzt immer weniger. Weil ich mich richtig hart konzentriere. Ja, danke. Richtig cool, find ich geil. Oh, nee, Alter. Ist doch nicht euer Ernst. Danke. Das ist doch ein Witz, oder? Oh, Gott, Alter. Toll, dass ich das jetzt kriege, hier. Ich hab keine Ahnung, wo meine Kugel, Alter. Das ist doch echt ein Scherz, oder? Ich übertreibe auch mit den Leveln voll, ne? Oh, jetzt kriege ich einen goldenen Schlüssel. Und das Schlüssel heißt, dass ich jetzt jedes Schloss in dieser Ebene aufmachen kann, ohne einen Schlüssel zu haben. Was bringt das hier jetzt? Gar nichts, was? Ah, die fliegt jetzt schneller, ne? Ah, ist doch schon mal gut. Ja, die fliegt jetzt viel schneller. So. War cool, dass wir unten lauter Karten sind und ein schwarzes Herz. Ah, das ist doch echt ein Witz manchmal. Ja, wie viele sind denn das? Für jeden Scheiß auf den Einer, oder? Ja, klar, danke. Aber soll ich ihn hier machen? Ich kann ja nicht weg. Oh, ja. Ja, 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 ja. Ihr müsst noch irgendwo scheiße am Leben, ne? Ja, jetzt kriege ich die Kacke hier schon wieder. Und der Versuch mal zu koordinieren, ey. Hä, wovon sterben die denn? Irgendwo muss noch einer am Leben sein. Ach, von dem Wurm, ne? Kann das sein? Da oben. Wo ist meine Blase? Ich weiß nicht, wo meine Blase ist. Wo ist sie denn? Hallo? Da oben? Was machst du denn da oben? Nein, bleib weg. Du auch? Und du bleibst auch weg. Dafür ist die richtig geil. Für die Dinger. Äh, ne. Aber wo? Ich kann ja alles aufschließen. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Vielleicht später. Vielleicht komme ich später drauf zurück. Komm, mach. Aber ja, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal Eve. Das ist geil. Eve macht auch Spaß zu spielen. Mit ihrem Vogel. Und hat die nicht auch, ähm... Wie heißt das? Brauch Babylon? Ja, ne? Oh, meine Nase leid, glaube ich. Eklig. Ah, ich habe jetzt keine Lust mehr. Oh, nee. Die haben einen Sprühmagen. Nein. Oh, mein Gott. Schub da wupp. Das finde ich gut. Auch wenn ich es nicht oft richtig benutze, aber es ist gut. Oh, mein Gott. Was soll ich denn da machen, bitte? Direkt zwei so eine Küche auf mich schießen, wenn ich in den Raum reinkomme. Das ist natürlich richtig geil. Mir tun meine Augen jetzt auch voll weh. Ich kann mich gar nicht mehr richtig konzentrieren. Ich hätte doch nicht zwei Folgen miteinander aufnehmen, sondern ich hätte nur eine Pause dazwischen machen sollen, eigentlich. Boah, Alter. Dieser Blutzacker, ne? Der, ähm... Rettet mir richtig krass mein Leben die ganze Zeit. So, man, willst du mich verarschen jetzt hier? Habt ihr das gesehen? Der ist gezielt von meiner, von meiner Träne weggegangen. Hm, danke. Alter! Der Blütter einfach ganz locker stehen und chillt, der Wurm. Und macht die platt. Der ist heftig, der Typ. Der chillt da wohl und wir rennen in den rein. Das find ich cool. War da gut gemacht. Der Sucker. Geil. Das ist auch voll cool, dass die jetzt alle schlägen beliebt sind. Das find ich sehr freundlich. Ab und zu muss man ja ein bisschen Lack haben, ne? Ein wenig Look für mich. Kann ich immer nur Pech haben. Oh mein Gott. Hab' ich jetzt grad nicht aufgepasst. Pisst euch. Ach, guck mal. Karte drin gewesen. Yoga, was macht denn das nochmal? Komm ich damit nicht zum Opferungsraum? Ich hab nur eineinhalb Herzen und ich denke, ich war Ophelmann. Oh, ich bin bei Mom. Wann hab ich gar nicht gecheckt. Hab ich ja gar nicht gecheckt, du. Nein! Oh mein Gott. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Ich muss ja immer in Bewegung bleiben hier. Weil der Kack mal. Ah, cool. Komm mal. Ja, komm doch einfach nicht, wenn ich jetzt hier das kann. Musst du natürlich nicht, ne? Nein. Oh Mann. Aber ich kann doch, ich hab noch ein Leben. Komm. Mach was an der Tür da, wo die Blase ist. Das wär cool. Ja. Oh mein Gott. Hau ab, du Mistvieh. Guck mal, der Wurm, der zackt hier auch richtig leer, die Mom. Der zackt meine Mom. Der Wurm. Ja. Boah, ich hab gerade richtig verkrampft hier gesessen. Und mit meinem Bein immer so gegen meinen Stuhl, äh, Tisch gedrückt. Aber jetzt hab ich nur noch ein Leben. Also mein letztes Leben läuft gerade. Ich muss jetzt eine Zigarette anmachen, geht nicht anders. Ich bin so aufgeregt, ne? Oh. Mal kurz strecken. Ich weiß nicht mehr, was Joker macht. Ich müsste es mal austesten. Einfach mal machen, ne? Justice. Ich muss mal Joker jetzt einfach benutzen. Ja, tatsächlich. Ja, das ist natürlich richtig geil. Soll ich das jetzt machen? Ich weiß nicht, ob ich den Instant freischalte. Ich probiere es jetzt einfach, ne? Ich kann ja eh nichts mehr verlieren jetzt. Ja! Okay, wir haben wieder einen freigeschaltet. Dafür lohnt sich das auf jeden Fall, wenn ich jetzt gleich sterbe. Dafür lohnt sich das doch. Ich hab jetzt keine Herzen mehr, ne? Nur noch schwarze und ein blaues. Aber die schwarzen sind auch gut. Die machen mich alle Gegner kaputt, wenn ich eins verliere. Und ich verliere natürlich... Ja, die machen gar nicht alle kaputt. Die machen nur die kaputt, die gerade draußen sind. Komm her! Du Arschloch. Ach so, das rote Herz bringt mir ja nichts. Oh mein Gott. Ja, toll! Ah, das hab ich aber sowieso jetzt verloren. Aber dafür hab ich Azazir freigeschaltet. Ich glaub, der war auch nicht so schlecht, oder? Ich kann jetzt immer noch schießen, ja. Ja, jetzt krieg ich die Kacke hier wieder. Es dauert aber ein bisschen, bis ich das checke. Und deswegen... Meistens verballere ich das dann. So, mal AC-Rate ziehen. Ach, ich hab ja noch Schub, der Wub fällt mir gerade mal so auf. Da hat er ja richtig viel gebracht bei dem. Die rote Kacke hat wehgetan, ne? Da geh ich mal lieber nicht hin. Alter, dieses Schmatzen hier überall war. Boah, da hab ich ein Schwein, ne? Nein, nein. Alter, kommt der auch noch genau hoch. Ach, fuck. Das weiß ich nicht, wo meine Blase ist. Wo ist er? Da. Cool. Ich denke mal, dass meine Blase irgendwo anders im Raum ist. Obwohl, die fängt ja immer bei mir an, wenn ich in den Raum reinkomme, ne? Aber da check ich meistens nicht, weil das denn hier ist ja gar nichts. Ist ja gar nichts. Alter, die Musik, ne? Die ist so heftig. Oh, ach, das sind die, die mich verfolgen. Oh mein Gott. Okay, ich hab verloren, Leute. Aber die Runde war gar nicht so schlecht, muss ich mal sagen. Es ist auf jeden Fall wieder eine Doppelfolge geworden. Ähm. Ja, diese Blase mag ich aber trotzdem nicht. Auch wenn die relativ gut ist. Martin hat auch schon gesagt, er kommt damit richtig klar. Der hat damit instant gewonnen eigentlich. Ich schaff das nicht. Aber ich komme trotzdem mal richtig weit damit. Und da ist das Geile. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Da haben wir jetzt zwei neue Charaktere zur Auswahl. Da freue ich mich besonders drüber. Deswegen sage ich, äh, bis zur nächsten Folge von, äh, The Binding of Isaac Rebirth. Bis dann. Ciao.